Und schon wieder eine Folge von Let's Play Softball, das Dick of Truth. Nein, ich möchte nicht repariert werden. Oh Gott, Foto-Dojo. Und wir müssen immer noch für Torzerstörer irgendwo an einen Hochspannungstransformator, Dingsbumsi, einen Schweinebärmann, keine Ahnung was anbringen. Genau, ich liebe diese Kindergartenkinder. Da ist auch eins. Weil so vorbeilaufen die Quests zu machen ist eigentlich recht entspannend. Rohlederpfeitsche. Jetzt hast du Zugriff auf einen Beschwörungsgegenstand. Beschwörungen sind mächtige Fähigkeiten. Auf jeden Fall kann ich jetzt Mr. Sklave herbeirufen im Kampf. Blut. Heiltankfolge. Mein Gott, das geht auch. Äh, okay. Zerrissen. Oh nein. Warum? Mr. Sklave und Millie, sei gegrüßt Mensch. Dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin. Wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit Photon-Torpedo-Unterstützung zu leisten. Kevin Ende. Okay, ernsthaft. Kevin. Es gibt in Sarun keine verfickten Raumschiffe, okay? Es gibt nur Menschen und Elfen, die haben keine verfickten Finger, sie haben Schwerter und Pfeile. Vergib mir, Admiral. Meine vulkanische Hälfte bewahrt mich nicht immer davor, unlogische Dinge zu tun. bis zum Ankerbord. Da wollen wir jetzt mal ganz schnell wieder raus. Kaputte Glühbirne. Ah! Schwul ist für Mr. Sklave kein Ausdruck mehr. Tut mir leid, aber der Typ ist wirklich... Was zum... What the... Ich werde, wenn ich jetzt auch an allen möglichen anderen Orten nochmal hängen gehe, werden nach und nach die Häuser geöffnet. Hm? Achso. War nur das Wasser. Ah! Ich continue to admire your awesome nature. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me first, okay? Achja, der ist ja Anwalt. Ein jüdischer Anwalt. Irgendwie mies. Wo ist dein jüdischer Anwalt? Ein jüdischer Anwalt. Irgendwie mies. Wo ist dieser hoch? Spannungstransformator. 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 Okay. Kann ich nicht machen. Da oben aber... Wie komme ich da hoch? Hm. Jetzt heißt es überlegen, wie ich da hochkomme. Ich kann bei Kenny rein. Oh, hey. Du bist ein neuer Kind. Meine Schwester, die Prinzessin, hat mich über dich. Sie denkt, du bist süß. Okay. Meine Schwester. Genau. Kenny. Normalerweise. Ich finde es immer wieder witzig, wie die hier vorgestellt werden. Ach, Kennys Verkleidung. Nicht so voll wie die von Cartman, aber... Rosige Wangen. Uh. Rattengift. Haufen Holzsplitter. Yay. Kennys Zimmer. Boah. Bis zum... Mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Geht ja mal gar nicht hier. Ja. Ja. Gefunden. Kennys blutige Keule. Mission erfüllt. Bringe alle Schweinebärmann-Sensoren an. Kehre zu Elgort zurück. Jetzt aber mal. Ne, da behalte ich doch lieber die Keule... Den Blitzstab. Die Keule. Mhm. Moment mal. Wo ist Elgort? Wo ist Elgort? Tweek Coffee. Verdammt. Ich bin gerade aus Versehen... aus der Aufnahme rausgegangen. Das ist... Das ist... So. Da ist Elgort. Wo kann man nochmal einkaufen? Nein. 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 What the? Wo ist Cartman's Haus? Kleid. Mein Haus. Wo war das Haus? Cartman's Haus. Da. Begib dich zu Elgort's Basis. Oh mein Gott. Vorher... Möchte ich aber... einkaufen gehen. Da ich jetzt ein paar Sachen haben möchte. Wie kann ich am Service sein? Das ist ein ziemlich guter Wehr hier. Boah, geht doch nicht schneller. Ich glaube ich hätte öfter mal hier vorbeilaufen sollen. Und dann... Per Doppelklick funktioniert alles. Boah. Wie viel Geld das Kind einfach hat. Ja, wir sind fertig. Kauf. Folterstärke plus... Oh. Hammer des Noobs. Hm. Den kann ich sogar gebrauchen. Einen schönen Pferd. Ich hole mir mal die KKK-Ausrüstung. Gute Wahl. Alles Gute. Kostümflücken. Naja, die brauche ich noch nicht. Chris ausgerüstet. Rohlederbeite. Rosige Wangen. KKK-Handschuhe. Kleidsel. Fast nicht ganz. Aber okay. Immerhin habe ich jetzt drei Rüstungen. Der neue erkundet South Park. Und jetzt... Zum Schweinebeermann. Auf, auf! Ich gebe dir einen guten Preis. Ach ja, hier kann man ja auch. Durak. Hm. Ab nach oben. Dann hier entlang. Und wieder runter. Und wo ist jetzt Al Gore's Lager? No. Jetzt erstmal zurechtfinden. Ah. Das... Aha. Hm. Das ist sehr interessant. Die Sensoren haben einen Man-Bear-Pig unter dem Grunde von South Park. Wenn du von irgendwoher kannst du unter dem Grunde, geh da mal an und schau dir das an. Schweinebeermann-Defibrillator. Genau. Wofür auch immer ich einen Defibrillator brauche. Hey! Hier komme ich noch ein paar Mal hin. Jetzt ist nervig, hier mal rüberzuklettern. Oh oh. Fuck you asshole What? Please don't ask me homie This could be kind of fun Hat er das Hat er das gerade wirklich gemacht Was ich denke Au Einfach au Au Some mornings I wake up with a sore asshole I must be sleeping on it funny Wo soll ich diesen Defibrillator jetzt benutzen Hier haben wir noch niemals eine Ahnung Wo? Das ist verwirrend Gehen wir erstmal zur Kirche Da wir Jesus finden sollen Finde Jesus Du hast Jesus gefunden Okay So einfach geht's Hallo Irken Ah ja da komme ich ja noch nicht Warum war ich hier eigentlich noch nicht drinnen Sorry kid I'm too busy to talk to you right now Maybe later Not now kid I'm on a case Pritzel Penisfantombild Oh super Alter Schwamm Alter Schwamm Come on a quieter day I'll take you on a ride along I'll be way more careful than I was with the last kid Come on a quieter day I'll take you on a ride along I'll be way more careful than I was with the last kid Wo könnte dieser Schlüssel sein Vielleicht oben Drinks Snacks Arm yourself Arm yourself Oh Oh Riot gear Apropos Wie kann man eigentlich die Sticker verwenden Ändern Ah Habs Weg da Sind schock schon Äh Anlegen Zurück Ich glaube Rüstungen kann man Ja Okay Level 4 brauche ich dafür Mal schauen ob man aus dem Emergency Exit Hier oder komm mal raus Was ist das da oben Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt Alles internet ... três ... ... ... ... Eridense room, oh god Chippo-Ko-Mon Poco-Cinpoco Ich will nicht wissen, was da gerade drinnen war. Batschatten, Glitzerschmuck, Buckyball-Magnete und Schamau. Ich kann Badass nicht angreifen. Oh Gott. Dann holen wir mal einen Schwerverbrecher aus dem Schwerverbrecher. Ich bin froh, dass Rumpastomper ein paar Jahre auf seinem Schwerverbrecher hatte. Danke. Aber du hast die Gehe. Okay. Damit habe ich Rumpastomper. Ich habe schon wieder einen Vorteil. Oh mein Gott. Das geht relativ schnell. Und ich habe schon wieder maximale Zeit erreicht. Ach, meine Güte. Da will man mal etwas länger spielen und es ist direkt... Ein Taco. Ein freaking Taco. Und gut. Nochmal danke fürs Einschalten. Oh Gott. Jetzt muss ich gerne. Warum nur? Nochmal. Dann danke fürs Einschalten und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Abaunschamm И оп понимiert.